Hi Leute, heute möchte ich euch ganz exklusiv die Jorge Pyro Fontana vorstellen. Das ist eine etwas ältere Fontäne von Jorge Feuerwerk. Bisher kannte ich diese Fontäne noch nicht und deswegen bin ich auch extrem gespannt auf den Test. Vielleicht haben wir hier ein kleines Schmuckstück mit einem besonderen edlen Effekt, wer weiß. Hier an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken an den edlen Spender, der mir diese Fontäne beim Resteschießen überlassen hat. Vielen Dank nochmal und euch jetzt viel Spaß bei dem Test. Sohne Loft Sohne 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 Untertitelung. BR 2018